Hören und Schreiben Sie hören fünf Sprachnachrichten. Zu jeder Nachricht gibt es eine Aufgabe. 52 bis 56 Sie hören jede Nachricht zweimal. Ergänzen Sie die Telefonnotiz direkt auf dem Antwortbogen, Seite 5. Beispiel Guten Tag, hier ist Stefan. Der Postbote hat bei uns ein Paket für euch abgegeben. Ich möchte es nicht einfach vor eure Tür legen. Aber ich muss jetzt weg. Das Paket liegt bei uns im Gartenhaus. Da könnt ihr es finden, wenn ihr heimkommt. Guten Tag, hier ist Stefan. Der Postbote hat bei uns ein Paket für euch abgegeben. Ich möchte es nicht einfach vor eure Tür legen. Aber ich muss jetzt weg. Das Paket liegt bei uns im Gartenhaus. Da könnt ihr es finden, wenn ihr heimkommt. Nummer 52 Ja, hallo Ali. Die Kinder kommen heute zum Essen. Deshalb möchte ich Pizza machen. Käse und Salami sind noch genug im Kühlschrank. Aber Tomaten habe ich keine mehr. Kannst du mir bitte ein Kilo mitbringen, wenn du später einkaufen gehst? Danke! 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 Ich lade alle Nachbarn am Sonntagabend zum Grillen im Hof ein. Da haben die meisten Zeit. Bitte sagen Sie mir doch Bescheid, ob Sie auch kommen. Vielleicht können Sie einen Salat mitbringen. Guten Tag, hier spricht Elisabeth Helmer aus dem dritten Stock. Ich lade alle Nachbarn am Sonntagabend zum Grillen im Hof ein. Da haben die meisten Zeit. Bitte sagen Sie mir doch Bescheid, ob Sie auch kommen. Vielleicht können Sie einen Salat mitbringen. Nummer 54 Praxis Dr. Feldmann Guten Tag Frau Grell Sie haben morgen um 17 Uhr einen Termin bei uns. Wir müssen leider absagen. Dr. Feldmann ist krank. Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr zurück. Dann können wir einen neuen Termin ausmachen. Danke für Ihr Verständnis. Praxis Dr. Feldmann Guten Tag Frau Grell, Sie haben morgen um 17 Uhr einen Termin bei uns. Wir müssen leider absagen. Dr. Feldmann ist krank. Bitte rufen Sie uns heute bis 18 Uhr zurück. Dann können wir einen neuen Termin ausmachen. Danke für Ihr Verständnis. Nummer 55 Hallo Elena. Ihr seid doch auch am Samstagabend bei Laura und Stefan eingeladen. Wollen wir zusammen etwas schenken? Ich weiß, dass Sie sich Pflanzen für den Balkon wünschen. Ich kann in der Gärtnerei etwas besorgen und Ihr gebt mir später Geld dazu. Also, was meint Ihr? Nummer 56 Guten Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich habe noch Fragen zu den Kleidern, die Sie hier abgegeben haben. Könnten Sie mich bitte noch heute zurückrufen? Meine Handynummer ist 0174 610 293. Ich bin den ganzen Tag zu erreichen. Guten Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ende des Tests Hören und Schreiben. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei. Ich bin den ganzen Tag, hier spricht Paloma Ferrante von der Schneiderei.